Körner zum Mann, der Hauptmannsfall-Battariergang! Damit wir für Gefecht fahren? Ähm... An links. Das ist nie bestimmt läuft. Außer... ja doch, an links. Ja, schick doch mal einen nach rechts. Ich geh rechts, ich geh rechts. Also so. Das ist schon so dunkel, man. Das ist noch nicht mal 8. Ja, ne? Bei mir auch. Schon Licht und alles. Was ist denn die Zeitumstellung, weißt du so einer? Oh, das ist eine gute Frage, verdammt. Ende Oktober? Nee, 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 nee. 20.21., ist es nicht nur die Zeit? Wie war's aus, wenn... Wann wird die Uhr umgestellt? Ende des Monats, sagte er. Okay, und vor oder zurück? Zurück. Zurück, dass es helle wird. War heller, na, früh oder heller am Abend? Keine Ahnung, man! Oh, oh. Ja, das ist... Das ist doch lustige Frage. Okay. Du kannst dir das eigentlich mit der Eselsbrücke merken. Ich habe keine. Und so mal stellt man die Gartenböbel dann raus, also nach vorne. Die Gartenuhr? Die Gartenuhr? Dann stellt man sie wieder zurück. Hast du denn eine Gartenuhr? Ja. Hast du denn eine Gartenuhr? Ja. Ja, Tenböbel. Ach so, Möbel. Oh, du musst ja schnell fahren. Was macht denn der VK? Was macht denn der VK? Schieß doch nur Gold, Alter. Gettet oder? Boah! Boah, sorry. Boah, jetzt fällt der irgendwo der Flügel. Ich schiel die Ding, Alter, du schießt mich an! Hab ich's gehofft, ich hab dich gar Angst zu dir. Hinter mir ist auch noch was. Das zieht dich aber nicht. Hab ich... ne, ich hab nicht die Tracker. Gott, der wird jetzt noch mehr Haked hier. Boah, shit. Hast du was? Was du nicht sagst. Naja, das haben wir noch Zeit gemacht. Macht noch Damage. Boah, nice! Fick dich! Geil! Das ist nur ein T-34, Nase mehr. Ja, ich muss erstmal den mehr kriegen hier. Hahaha. Kein Lack. Wo ist der KV hin? Boah, der T-34 hat ja Gold geschossen, Mann. Was ist das denn? Wo ist der KV hin? Boah, der müsste zurückgefahren sein. Der kommt zu mir! Nein! Der kommt zu mir! Hüppel? Ja, ich... Ich versuch schon. Ich bin nicht da drauf, aber... Wer hat das Ziel verloren? Nein, dann nicht. Boah! Anfüllen durch Ihre Panzerung! Dein Panzer! Ich kann... Meinem VK kann... KV zirkeln. Kannst du nicht? Aber ich kann ihn mit Heat auseinandernehmen. Kannst du das? Oh... Oh! Ey, das gibt's nicht! Hast du jetzt... Was hast du? Kräte getroffen! Jetzt kannst du da rausnehmen! Ne, der schießt schneller als ich! Oh ne, ich schießt nicht! Du hast das Fahrzeug ausgeschaltet! Jetzt bist du tot! Ja, der schaut! Dann hätte ich mich in der Frage verstecken sollen, ne? Oh ne, der trifft nicht! Oh, danke, Liebe! Boah! Boah! Noll! Wie so eine geile Runde! Wie in Ordnung hast du das noch gemacht? Wie in Ordnung hast du das noch gemacht? Ach, du beschäftigst dich mit dem einen, der kommt von hinten wieder zwei, Alter! Wie zum Nivell Gaming, ey! Schon geil, man! Easy 8 hinten 400 irgendwas reingehauen! Danke! War's ja Easy 400, nicht Easy 8! Peter? Wie lang hast du noch? Ja, was los? Kommst du auch noch? Er lebt noch! Er lebt noch! Ne, ich lade noch! Wird auch noch mal Wally da rein! Hat uns die Hälfte! Dann lad mal ne Weile! Boah! Nur Heavys? Yes! So drei Gefechten da! Du! Oh Gott! Nice! Das war die Uhr! Ich zog so lange ein bisschen Fly Simulator! Nein! Dann will ich doch mal auch fliegen! Bleibst du da hängen? Doch, das geht nämlich nebenbei! Das bleibst du da hängen! Das musst du üben, in Gebäude zu fliegen! Ach, ganz kurz mal minimieren und schon... Genau, ich übe in Gebäude zu fliegen! Mitte! Mitte! Alles Mitte! Ich übe Panzerkillen aus der Luft! In Wolkenkratzer zu fliegen! Das wär echt geil, wenn man hier aus der Luft unterstützen könnte! Ja! Ich find's geil, dass man mit Sieg dann K-85 Frontal durchkommt! Frontal durch! Frontal durch! Frontal durch! Was? Den hat er jetzt eben erspielt! Ratzfatz! 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 Ja, wieder acht, geht's mal nicht auf! Ratzfatz! Das war's... Ist noch manchmal Paar! Guss der Rest? Bin alle dort oben schon! Ja Guck doch mal, wo du stehen hast! Oh Gott, die stehen ja alle da drin. Weißt du, völlig OP sind die. Flatsch. Soll ich mal an links schauen? Kannst du ja. Obst du das durch? Racken. Die rushen nicht, da sind die raus. Oh, ne, ne. Bleib doch mal aufstehen. Passivspotten. Hitladen. Bleib so stehen. Oh, hier, ne, ich schieße nicht mehr. Dann schieße ich weg. Rack. Für 20 Leben, Mann. Oh, die wissen was angriffen ist. Mehr für mich. Mehr für mich. Noch mehr für dich. Wer hat das überlegt? Meiner. Oh, nein. Nase. War das deiner? Ja. Hast du angepingt? Nein. Nein, hast du nicht. Also kann ich nicht wissen, dass das deiner ist. Wenn da noch vier Panzer rumfahren. Ja, vier Panzer. Geräusche. Jah. Ich Holger, der Mann. Anmäße,BIm obten. Parallel. Oh, ich will��. Es passiert schon nicht. Ich will понравiert nicht, was aconteceu. Herr Verdun". Wャ, ich hab dann. Ich hab's Konzen. Hör uns, Entwild, ich hab's lasst iniblemter … Krühle ey reaaa pace. Was denn? Jetzt hab ich nicht mehr... Ich hab ich nicht mehr... Du hast mir eben auch ein Kegel geklaut. Nein! Überhaupt nicht. Pool! Pool? Bereit zu feuern! Wir haben sie nicht mal angekürzt! Sie kann jeden Moment reißen! Wo sind sie hin? Das passiert! Heatketten! Ich hasse euch! Bäm! Kann mal jemand noch sein Bein drücken? Nein! Scheiße, gebarzt! Seidrich! Nichts, Kenny! Du oder ich? Gut, ich hab noch ein bisschen Spotting-Damage abgestopft. Toll! Geil! Du machst! Mein Held! So, ein Spiel noch und dann ist das Part vorbei! Parta! Spartaner! Es ist... Parta! Haben wir jetzt schon ein Spiel gemacht oder zwei? Fünf! Nein! Nein! Bei der Seiteaufnahme oder was? Ja, Seiteaufnahme! Bei... Das war jetzt das Zweite! Ach, da ist das! Passt! Danke! Pray! Sie haben die ganzen die Blenden aus! Kamazzi! Wer mehr ist freilich für links? Du! Sehr schnell sind! Du! nachher nachher nicht so so hat es natürlich nicht nicht zu uns darf tun war es nicht das muss doch tun das ist doch Muster das ist der Kollege doch vor das ist ein Klinikum Gustav Gott mir ist der Kollege von Ali aber es ist nicht ein Indischen abmachen Nein! Bundi-Bundiup! 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 Bundi-Kauf für Rose! El-Kalibor! Ahti-Alter! Wie geil ist das denn?! Artikel, ich mach einen auf Yolo, Peter, du da, dann merkt man, im VK mach mal viel mehr Yolo, wer weiß nicht, dass in dem Sinn das ist. Ja, nicht, oder? Ich auch, oh Gott! Oh Gott! Oh, dann geht's hier, der nicht an. Keiner, nee. Oh mein Gott, lass mich, lass mich, nein, nein! Ich hab nicht drauf geschlossen. Viel Spaß, Hippe. Nein, ich will die Hellcat haben. Ich will die Hellcat, die platzt immer so instant. Fahrt immer noch rüber, oder? Oh, wie ein geiles Gastic. Ah, wie viele, wie viele? Die drehen sich ja jetzt alle zu mir, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich geh mal KV von hinten bearbeiten. Geht, wir hatten den da eingestellt. Den, den stellt. Oh, jetzt krieg ich nicht mehr ran. Wenn nicht die Hellcat kommen, dann fick ich dich weg. Nein. Der Hellcat, ich komm zu dir, Snoopy. Snoopy, Snoopy, Snoopy. Hier ist die Arty. Hier ist die Arty. Da ist die Arty. Hinter dir, KV. Oh, das geht aber schnell. Weder du cirkelst den, oder der knallt dich kaputt. Boah, 400? Oh, ich hab hinter mir eine Hellcat. Oh, der ist weg ausgeschaltet. Ohhhh. Warum? Ficken. Ach, Manu. Musst dich beeindrucken, der hat gleich nachgeladen. Achso, der schaut in die falsche Richtung. Mensch, das ist ein bisschen zu tun. Ach, du Nasse, ne? Zu. Hüppe, nein. Nasse. Die Suh hat auch oft nicht geschaut. Ich hab' das nicht getrackt und bis getroppt. Aber ich hab' die Kette wieder. Du musst schon gucken, wo du dich nicht. Du kannst dich nicht. Ne, nein, du kannst dich nicht weg. Du kannst dich nicht weg. das heißt die jetzt schon besoffen ich habe auch gar kein Bier aufgemacht kein Wein was jetzt weites ich habe noch ein finnisches Bier und dann habe ich eine Weinflasche finnisches Bier finnisches Bier leider nur eine Dose was eine Dose ist ja noch widerlicher was denn ja Gold haben wir mit Gold geschossen? ich habe mit Heat geschossen was ich bin VK er muss seid Skill halten ja brrrr die Hellkatz wer? schon gut schon gut also meine lieben Damen und Herren und Zuschauer und so weiter bitte lassen Bewegung da und ihr wisst schon schreibt die in Kommentare und Zeit und so fort Kommentar haut sie rein